Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Simeon Kramer und bei mir im Büro am Mikro wie gewohnt mein Kollege Danny Gallen. Danny, grüße dich. Grüße, Simi, und grüße raus an die Hörerschaft. Danny, wir haben heute wieder eine Podcast-Folge vor uns, die sich sehen lassen kann, glaube ich. Wir haben einige Themen zu besprechen, über die wir heute quatschen. Ich hoffe, es wird ähnlich hitzig, würde ich fast sagen, wie letzte Woche, wo wir doch gut gestritten haben und guten Austausch hatten. Wir müssen zurückblicken auf Freiburg. VAR-Wahnsinn, gefrusteter VfB. Wir müssen schauen auf die generelle Situation. Nur zwei Punkte aus fünf Ligaspielen unter Trainer Bruno Labbadia. Da müssen wir uns fragen, dieser ganze Trainer-Effekt, den man sich erhofft hat mit kurzfristigem Erfolg, ist noch nicht eingetreten. Wir müssen über die Pressekonferenz sprechen, bei der du heute warst, Danny. Da gab es, ich würde sagen, einen mittelschweren Knall. Nämlich Fabian Pretlow bleibt im Tor, bleibt Torhüter des VfB Stuttgart jetzt gegen den 1. FC Köln. Das bedeutet, Flo Müller sitzt auf der Bank, obwohl er spielen könnte. Da werden wir ausführlich drüber sprechen. Und dann geht es natürlich generell um das Köln-Spiel. Wie sieht die Personalsituation aus? Wer ist fit? Und dann machen wir zum Schluss wieder unsere legendären Tipps, wo wir immer daneben liegen. Aber dann starten wir doch einfach, Danny, oder? Direkt rein. Lass uns anfangen. Wir sind räumlich umgezogen innerhalb des Verlags, weil du sagst, wir machen einen Podcast, der sich sehen lassen kann. Einen Podcast, den man sehen lassen kann. Ihr könnt ihn vor allem hören, aber für euch da draußen. Wir sind in das Büro der Kollegen der Lokalsportredaktion umgezogen, weil nebenan ein Haus abgerissen wird. Und wir jetzt hier die Plätze der Sportis besetzt haben. Ich bin schon gespannt. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr heimisch hier. Wunderbar, Danny. Ich fühle mich auch heimisch hier in der Sportredaktion. Und deswegen fangen wir doch direkt an. Du sprichst es an. Nebenan wird ein Haus abgerissen. Es ist aber nicht das VfB-Clubzentrum an der Mercedesstraße. Wobei da gefühlt gerade auch so ein halber Abriss stattfindet. Der VfB ist seit fünf Ligaspielen unter Labbadia sieglos. Zuletzt gab es am vergangenen Samstag eine bittere 2-1-Niederlage gegen den SC Freiburg. Der VfB bzw. Daxo Zagadou hat zwei Elfmeter verursacht im Spiel. Der VfB lag 1-0 in Führung. Hat, ja, ich war im Stadion vor Ort, maximal unglücklich verloren. Die Stimmung danach war sehr, sehr niedergeschlagen. Danny, man kann unterm Strich sagen, das war ein erneuter Tiefpunkt, ein erneuter Tiefschlag. Wenn ich so meine Eindrücke schildern darf, das werde ich nachher auch noch tun. So deprimiert habe ich die VfB-Verantwortlichen noch nicht erlebt, seit Labbadia da ist. Was ist dein Eindruck von dieser Partie? Ja, Tiefschlag weiß ich nicht. Für mich ist so ein Tiefschlag so ein Spiel wie zum Beispiel in der vergangenen Saison, 31. Spieltag. Du bist völlig chancenlos, verlierst 0-2 gegen Hertha BSC Berlin. Rettung ist in ganz weiter Ferne. Das in Freiburg war, finde ich, eher wieder so ein, wir haben es ja auch in unserem Nachklapptext, dann so dieses täglich grüßtes Murmeltier. Der Labbadia hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, auf der Pressekonferenz, in den Interviews, dieses sich ständig wiederholende Muster. Der VfB ist ordentlich in der Partie drin, hat Torchancen, nutzt viel zu wenige. Und hinten immer, 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 immer wieder. Ich habe im Text geschrieben, es ist überhaupt nicht mehr die Frage, ob ein Fehler passiert, sondern nur von wem und wann. Und solange das eben die Grundvoraussetzung der Spiele ist, wie der VfB sie angeht, und du einfach weißt, da hinten passiert was. Über das Fahrthema diskutieren wir gleich noch. Aber es ist ja auch ein individueller Fehler, der dann zu diesen Elfmetern geführt hat. Solange du pro Spiel Minimum eins, in der Regel sogar zwei oder drei Dinger dir selber reinlegst und vorne diesen Chancenwucher weiter betreibst, wirst du in der Bundesliga keine Spiele gewinnen. Aber du warst vor Ort im Stadion, Simi. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen schildern, auch zugespitzt auf die Personalie Zagadou, weil der hat ja eigentlich, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber der hat ein gutes Spiel gemacht. Labbadia hat auch gesagt, der war unser Fels in der Brandung. Mit Klammer aus natürlich diese beiden Szenen, die zum Elfmeter geführt haben. Ja, das ist, glaube ich, besonders bitter, weil Labbadia damit ja auch ein gewisses Risiko gegangen ist und das sich dann am Ende des Tages nicht ausgezahlt hat. Wir waren überrascht vor dem Spiel, wir anwesenden Journalisten unten im Pressebereich in der, glaube ich, Europa-Park-Arena oder Europa-Park-Stadion, heißt es in Freiburg, als dieser Aufstellungszettel kam. Zum einen mal natürlich Fabian Pretlow, der den zugegebenermaßen krankheitsbedingt ausfallenden Flo Müller ersetzt hat. Der hatte Magen-Probleme, Magen-Darm-Probleme, musste sich übergeben vor dem Spiel. Saß aber trotzdem auf der Bank, da habe ich gedacht, okay, seltsam. Aber ja, haben sie ja damit erklärt, dass sie keine Zeit mehr hatten, den Schockey anzukarren. Sorry für den Einschub. Alles gut, was ja zumindest mal nachvollziehbar war. Und dann eben eine zweite Personalie, die überrascht hat, Konstantinos Mafropanus saß auf der Bank und für ihn war eben Dan Axel Zagadou am Start in der Innenverteidigung. Da muss man jetzt nicht weiter drüber reden. Bonasosa war es, Startelf-Comeback, Gil Diaz hat von Anfang an gespielt, aber es ging eben auch um Zagadou. Den hat Labbadia nämlich gebracht für Konstantinos Mafropanus. Das hat viele überrascht, auch uns Journalisten, weil wir wissen es alle, Zagadou im Trainingslager, doppelter Bänderriss im Fußgelenk, kehrt jetzt schon wieder zurück, direkt in die Startelf und dafür Mafropanus auf der Bank. Das war schon überraschend. Und er ist ein Risiko gegangen und das Risiko hat sich leider nicht bezahlt gemacht. Weil du sagst richtig, er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Alleine seine Statur, seine Körpergröße. Sein Aufbauspiel. Sein Aufbauspiel. Ich finde, in Freiburg sitzt man sehr nah am Spielfeld. Es hat englische Verhältnisse, auch wir Journalisten. Und das ist ja ein Riesenbär. Also das ist ja wirklich ein Berg von Abwehrspielern. Und er hat eine ganz andere Präsenz. Und die hat man gemerkt auf dem Platz. Aber mir ist immer wieder aufgefallen, wie schwerfällig und behäbig er auch ist gegen den Ball. Wenn ein flinker Doan zum Beispiel auf ihn zuläuft, dann hat er Probleme damit. Und das hat man bei den beiden Elfmetersituationen, finde ich, gemerkt, dass er immer eine halbe Sekunde zu spät war. Also klar, das waren unglückliche Elfmetersituationen. Die hätten auch einem Anton oder einem Mafropanus passieren können. Aber man hat gemerkt, in diesen 10, wenn man die sich einzeln anschaut, er war immer einen Ticken zu spät dran und hat dadurch das Foul verursacht. Ob das jetzt mit seiner noch fehlenden Fitness zusammenhängt nach der Verletzung, ob er vielleicht im Kopf nicht ganz da war, das sei ja mal dahingestellt. Aber es war zumindest klar, Zagadou hat zwei Elfer verursacht. Wie es zu diesen Elfern dann kam durch den VAR, das muss ich auch noch schildern, weil das war ja eigentlich an Komik kaum zu überbieten. Wie war es denn im Stadion? Geh doch direkt mal rein, weil ich finde, das ist immer ein Riesenunterschied, wenn man das Spiel am Fernsehen verfolgt und dann auch die Bilder hat und mitgenommen wird. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich im Stadion bin, als Fan oder als Journalist, du bist der letzte Depp. Du weißt gar nicht, was passiert. Du kriegst nichts gezeigt. Es gibt keine Ansagen. Dieses Bildchen, das sie dann einblenden, hier wird überprüft und das ist das Ergebnis. Das ist ja lächerlich. Aber schildere doch mal bitte deine Eindrücke, wie das abgelaufen ist am Samstag. Ja, wie ist es abgelaufen? Also zuerst mal ist es total blöd in Freiburg, dass wir Journalisten keine TV-Bildschirme vor uns haben. Also ich konnte die Szene gar nicht sehen. Ich habe es dann quasi bei einem Kollegen am Nebenplatz. Der hatte, glaube ich, Sky Go laufen oder so. Da haben wir mal kurz reingeschaut. Aber eigentlich wusste ich gar nicht, was Sache war. Also ich meine, du weißt ja, wenn wir im Stadion sitzen, wir schauen immer wieder auf den Laptop, tippen, schreiben nebenher. Und ich glaube, die erste Elfmeter-Szene habe ich gar nicht mitbekommen. Also im Spiel. Ich habe nur gesehen, auf einmal schreien alle und es läuft aber weiter. Und irgendwann greift sich der Schiri ans Ohr und ich dachte mir, jetzt geht das schon wieder los. Weil davor gab es ja schon ein Abseits-Tor, das aberkannt wurde von Freiburg. Da hat ja auch schon der VR eingegriffen, zugunsten des VfB dann. Also der Schiri hat abseits gewunken, VR hat eingegriffen, das nochmal gecheckt, bestätigt, abseits. Dann dachte ich, jetzt geht das schon wieder los. Und ich habe schon gemerkt, die Zuschauer werden unruhig. Also die Zuschauer sind kribbelig geworden. Es gab die ersten Pfiffe, weil die Überprüfung hat gefühlt zwei Minuten gedauert. Dann gab es Elfmeter und ich habe die Zähne im Nachgang gesehen. Erster Elfmeter. Hätte sie gegeben. Völlig berechtigt. Ja, sehe ich auch so. So, jetzt geht es um den zweiten Elfmeter. Und der zweite Elfmeter ist der große Streitpunkt aktuell. Oder was heißt aktuell generell? Für mich sucht Dohan ganz klar den Kontakt. Hat auch überhaupt kein Interesse weiterzulaufen. Und wenn man es im schnellen Bild im normalen Spielverlauf sieht, sieht man, er zieht sein Bein so künstlich nach oben. Klassische Bewegung für einen Stürmer. Ich ziehe das Foul. So. Schiri hat im Spiel klar, also eine klarere Handbewegung von einem Schiedsrichter im Spiel habe ich noch nie gesehen. Also dieses ganz klare Händewinken. Nein, nein, nein. Sofort angezeigt. Er hat es auch super gesehen. Er hatte super Sicht drauf. Genau. Er hat die Szene bewertet. Er hat es, ich finde, richtig bewertet. Ja, er hat es bewertet. Er hat es gesehen. Er stand perfekt. Er hat sofort angezeigt. Ohne Überlegen. Kein Elfmeter reicht mir nicht. So, dann lief das Spiel erstmal weiter. Und wir alle dachten uns, oh oh. Alle anwesenden Journalisten um uns herum dachten, oh, da kommt noch was. Und dann kam noch was. Und dann hebt er sich wieder den Finger an den Ohr. Und dann stehen die erstmal eineinhalb Minuten gefühlt auf dem Platz, Finger am Ohr, alle Spieler um den VfB rum. Ich sehe dann, äh, alle Spieler um den VfB rum, alle Spieler um den Schiedsrichter rum. Ich sehe Genki Haraguchi, wie er zur Bank des VfB Stuttgart läuft. Und die haben ja da unten auch ein Video. Also der VfB, das Trainerteam hat ein Tablet. Genau. Und der Haraguchi kommt so her an die Trainerbank und fragt so Leute, was ist los? Und wir saßen direkt bei der VfB-Trainerbank. Und der VfB hat so signalisiert, kein Elfmeter. Und Haraguchi läuft wieder weg, Daumen hoch. Und dann warten sie immer noch. Und dann wird der Schiedsrichter, jetzt klingelt hier das Telefon. Das macht nichts, weiter geht's. Das macht nichts. Und dann wird der Schiedsrichter rausgeschickt und muss sich anschauen am Bildschirm. Hat sie es gefühlt, boah, ich würde sagen, 25, 30 Sekunden lang angeschaut, aus allen möglichen Blickwinkeln, wahrscheinlich sogar länger. Vermutlich länger, ich glaube es ging viel, viel länger. Vermutlich länger. Auf jeden Fall dachte ich dann am Ende, das läuft jetzt schief. Das läuft gegen den VfB. Und so war es dann auch. Der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Und zwischendurch schon gab es von den VfB-Fans und von den Freiburg-Fans Wechselgesänge. Scheiß DFB und ihr macht unseren Sport kaputt. Also die Nerven von der Fanseite sind blank gelegen. Und der VfB, Labbadia, der Trainer, ich sag's dir, die Bank unten. Nach dem Pfiff waren total frustriert, waren total angepisst, haben natürlich sofort mit dem vierten Offiziellen gesprochen. Dann gab es vier Elfmeter, Tor nicht zu halten, aus meiner Sicht. Gut geschossen. Ja, die waren beide. Wenn Griffo antritt, darf ich da was ergänzen? Weil dieses VAR-Thema, ich möchte es jetzt gar nicht breiter treten, als wir es ohnehin schon gemacht haben. Aber ich war am Samstagabend bei den Ringern. ASV-Schondorf-Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Mainz. Knapper Sieg. Der Mainzer Glückwunsch an die Mainzer, aber auch genauso viel Glückwunsch an die Schondorfer Ringer, die toll gekämpft haben. Aber worauf ich hinaus möchte, beim Ringen gibt es einen Videobeweis. Simi, du kennst das auch, du hast die Ringer mal eine Saison lang begleitet. Und es ist für mich einfach nicht zu erklären, wie jede andere Sportart gefühlt das mit dem Videobeweis hinbekommt. Nur der Fußball nicht. Beim Ringen, kurz zur Erklärung, der Coach hat diesen Würfel, kann den werfen, wenn er mit einer Wertung des Kampfrichters nicht einverstanden ist. Dann wird es gecheckt, sozusagen. Wenn der Trainer recht bekommt, kriegt er seinen Würfel zurück. Wenn nicht, ist er weg. Und der Riesenunterschied, der Kampf war in der Scharena in Stuttgart, wo die Volleyballerinnen spielen oder früher auch die Handballer. Die Entscheidung wird auf den Videobürfel gelegt. Jeder im Stadion oder in der Arena sieht die Szene. Der Schiedsrichter erklärt, was habe ich entschieden, warum habe ich es entschieden. Denn jeder vor Ort weiß, was Sache ist. Das ist einfach kein Vergleich zu dem, ich bin in einem Bundesligastadion, ein Bundesligaschiedsrichter braucht gefühlt zehn Minuten, um die Szene zu bewerten. Und kein Mensch im Stadion vor Ort, kein zahlender Zuschauer vor Ort weiß, was passiert hier eigentlich, außer es gibt eine Überprüfung. Elfmeter, ja, nein, vielleicht. Das finde ich, geht überhaupt nicht. Und es gibt so viele weitere Beispiele im Tennis, im Handball, beim Basketball. Alle Sportarten, die diesen Videobeweis haben, wenn du dich mit den Beteiligten auch unterhältst, die sagen, ja, das ist ein super Hilfsmittel. Das tut der Sportrat gut, außer beim Fußball. Und das finde ich einfach nur, nach mittlerweile, ich habe gelernt, sieben Jahre ist der VAR jetzt schon in der Bundesliga im Einsatz. Und wir sind immer noch in diesem, das ist ja eigentlich noch eine Pilotphase, wenn man das so anlegt. Warum greift der VAR beim zweiten Elfmeter in Freiburg ein? Schießrichter, Stegemann, beste Sicht, bewertet die Szene und er bewertet sie so, wie man sie eben bewerten kann. Das ist, finde ich, kein Muss-Elfmeter. Und für mich der wichtigste Punkt, er bewertet es im Spiel, im Live-Bild. Er sieht es im Spieltempo. Das ist ein guter Punkt. Er kann die Szene bewerten, er sieht sie von hinten quasi mit Blick auf den Sechzehner, wie der Spieler vorbeilaufen will, das Bein hochzieht und fällt. Er sieht es im Live-Tempo. So, jetzt gehst du raus an den TV-Bildschirm, schaust dir die Szene in Zeitduppe aus acht verschiedenen Winkeln an. Und entscheidest dann auf Elfmeter. Natürlich war da ein Kontakt. Aber ist der Kontakt ursächlich für das Fallen von Dohan? Aus meiner Sicht nein. Und andere, zum Beispiel Manuel Gräfe, hat auf Twitter auch rausgehauen, ist für ihn kein Elfmeter. Auch Kolinas Erben sagen, boah, der Eingriff war eigentlich nicht gerechtfertigt. Und da frage ich mich dann, und da stimme ich Labbadia ein Stück weit zu, der Schiedsrichter wird in dieser Form enteiert. Das waren die Worte von Bruno Labbadia. Da hat er auch recht, in dem konkreten Fall. Genau, weil Schiri Stegemann in dem Fall entscheidet auf dem Feld in Live-Szene kein Elfer. Ganz klar, meine Entscheidung, ich habe es gesehen, wird rausgerufen, schaut es sich hundertmal in 8000 Zeitlupen an, entscheidet dann auf Strafstoß. Ich kann den Fuss der Stuttgarter völlig zu Recht nachvollziehen. Ich verstehe es auch. Aber, das hat Labbadia auch gesagt, diese zwei VAR-Eingriffe waren eigentlich nicht ursächlich für die Niederlage. Der VfB hat aus meiner Sicht ein eigentlich ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Was haben sie gut gemacht? Kannst du es vielleicht mal ein bisschen skizzieren auch? Sie haben Freiburg kaum ins letzte Drittel kommen lassen. Also Freiburg hatte natürlich vor allem in der zweiten Hälfte mehr Ballbesitz und hat mehr Druck gemacht. Aber ich finde, der VfB hat sich so ein amerikanisches Sprichwort zu nutzen gemacht aus dem Football. Das heißt nämlich, bend but don't break. Also quasi, lass dich biegen, aber breche nicht. Und der VfB hat sich biegen lassen. Also Freiburg hat Druck gemacht, Freiburg ist angelaufen, aber der VfB ist nicht gebrochen. Ja, klare Torschossen gab es ja kaum. Also ich glaube, Bredlow hat in der Anfangsphase mal einstechen müssen, da 11. Minute war es. Aber ansonsten, bis auf die 11 Meter, war nicht viel. Genau, und eigentlich musst du dann auch mal so einen Auswärtssieg dreckig mitnehmen. Ich meine, der VfB hat seit über einem Kalenderjahr kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Seit 14 Monaten. Seit 14 Monaten, das ist ja unglaublich. Führt 1-0 in Freiburg, wird ein bisschen gebogen, aber bricht nicht ein, kassiert kein Gegentor. Du gehst mit einer Führung in die zweite Halbzeit und kriegst zwei so Elfmeter. Also ich kann den Frust total nachvollziehen, muss aber auch sagen, diese zwei Elfmetertore sind auch deshalb passiert, weil Danny, täglich grüßt das Murmeltier, individuelle Fehler, warum Zagadou die 12 Meter verursacht hat, war er nicht wach im Kopf, hat ihm die Fitness gefehlt. Müßig zu diskutieren im Nachgang. Genau, das macht keinen Sinn, darüber zu sprechen, aber der VfB macht sich das Leben selber schwer. Und das war eben danach, nach dem Spiel in der Pressekonferenz mit Trainer Bruno Labbadia auch nochmal Thema. Ich habe ihn darauf angesprochen. So, Herr Labbadia, wir haben jetzt, seit Wochen sprechen wir darüber, der VfB macht eigentlich gute Partien, ordentliche Partien, ich würde nicht sagen gut, aber ja, ich weiß, in welche Richtung es geht. Also, der VfB macht ordentliche Partien, zeigt gute Auftritte, hätte eigentlich mehr verdient, aber es stehen nur zwei Punkte aus fünf Spielen da. Wie geht man damit um? Dann war er erstmal so, boah, gute Frage, muss ich erstmal nachdenken. Immer ein schlechtes Sein, wenn die Trainer sagen, oh, eine gute Frage. Genau, wenn er erstmal 15 Sekunden nachdenken muss, dann ist es eigentlich ein nicht so gutes Zeichen, weil er dann nicht genau weiter weiß. Und genau diesen Eindruck hatte ich. Ich habe selten, deswegen habe ich vorher auch von Tiefschlag gesprochen, ich habe selten den VfB unter Labbadia und jetzt auch mit Wohlgemut erlebt, wo die Stimmung so im Keller war. Also, die Spieler sind mit hängenden Köpfen vom Platz, da war wirklich spürbar, die Stimmung war am Arsch, muss man so sagen. Wohlgemut ist auch in den PK-Raum reingelaufen mit einer Mine, wo ich dachte, ich sage lieber nicht Hallo. Und Bruno Labbadia saß dann auf der PK und war auch sichtlich niedergeschlagen. Also, das war wirklich, glaube ich, ein bisschen, ja, ein Tiefschlag, ich sage es einfach, wie es ist. Für mich war es ein Tiefschlag, für mich war es eine Niederlage, die absolut nicht hätte sein müssen, du hättest einen Auswärtssieg holen können, stehst jetzt aber immer noch mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen da. Und bist sogar abgerutscht auf den 17. Tabellenplatz. Ich glaube, das ist das, was die Stimmung so massiv drückt, weil wir haben jetzt ja über diese individuellen Patzer in der Defensive gesprochen, müssen aber auch über diesen unsagbaren Chancenbucher sprechen, denn Paradebeispiel Chris Führig, ganz tolles Tor, sucht den Abschluss, toller, toller Distanztreffer gegen Freiburg. Ja, toll, aber er muss halt noch zwei, drei weitere Tore fast schon nachlegen. Also, wir haben ja letzte Woche über das Thema Entscheidungsfindung gesprochen. Genau. Kannst du dich an die Szene erinnern? Langer Ball auf ihn, er nimmt ihn wunderbar runter. Und dann trifft er die falsche Entscheidung, weil er irgendwie, glaube ich, die Positionierung verrafft hat und schießt aus aussichtsreicher Position daneben. Und nicht nur daneben, sondern mit Vollspann. Mit Vollspann, ja. Mit drei Meter vorbei, anstatt die Innenseite zu nehmen und ihn ins lange Eck zu kriegen. Ja, und das macht halt diese, ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn wir uns jetzt fragen, warum ist dieser Trainer-Effekt noch nicht so eingetreten, wie man sich das erhofft hat aus VfB-Sicht, es sind diese zwei Gründe. Es sind die individuellen Patzer, die in jedem Spiel da waren. Du kannst Mainz nehmen, Hoffenheim, Leipzig, jedes Spiel kannst du rannehmen, kannst sagen, gegen Mainz war es Ahamada, in Hoffenheim gut war es auch Ahamada, dann Müller in Leipzig und so weiter und so fort. Du hast immer den Patzer und du hast immer die Chancen gehabt, mehr Treffer zu erzielen. Es war in jedem Spiel mehr drin. Und jetzt stehst du eben da, so langsam merkst du, die Wand kommt näher, so, oder die Konkurrenz zieht an dir vorbei, Hertha zieht an dir vorbei. Und das macht eben diese Gemengelage, glaube ich, so undurchsichtig und so niedergeschlagen auch, weil als Fan muss ich mir denken, ich gucke mir jede Woche den gleichen schlechten Film an. So, jede Woche passiert das Gleiche im Negativen wie im Positiven auch, weil ich finde, wir müssen schon darüber sprechen, dass sich der VfB in gewissen Bereichen, in Teilbereichen stabilisiert hat. Ich finde, das Spiel gegen den Ball ist deutlich strukturierter als unter Matarazzo oder unter Michael Wimmer. Ich finde, da ist schon ein Schritt nach vorne zu erkennen. Und das sieht man ja auch in Statistiken, die, glaube ich, der Kollege Moisidis heute im Kicker rausgesucht hat. Und jetzt komme ich aber in die Gegenwart. Diese kleinen Schritte und diese positiven Pünktchen, an denen sie sich hochziehen müssen, da hat der Labbadia heute auf der PK vor dem Köln-Spiel gesagt, diese Fakten, das bringt uns am Ende des Tages gar nichts. Wir brauchen Erfolgserlebnisse. So, ganz einfach. Und da sind wir an dem Punkt, worüber wir jetzt auch im Podcast sprechen wollen, nämlich so indirekt Themenblock 2, dieser Labbadia-Effekt, dieser Trainer-Effekt, der ist, und da haben viele auf Twitter auch zurechtgeschrieben, der ist gar nicht verpufft, weil der war noch gar nicht da. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir jetzt auch ausführlich sprechen und diskutieren müssen, Danny. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, reicht die Qualität des Stuttgarter Kaders aus, um im Klassenerhaltskampf, in Anführungszeichen, besser gesagt, im Abstiegskampf zu überleben oder einfach auch den Klassenerhalt zu schaffen. Und jetzt müssen wir darüber sprechen, so langsam aber sicher, ist Bruno Labbadia, hat der die richtigen Kniffe gefunden? Hat der die richtigen Lösungsansätze? Weil ich habe ja immer gesagt, Danny, das war immer meine These, auch vom Trainingslager, für die ich auch kritisiert werde. Ich stehe nach wie vor dazu. Für mich ist Bruno Labbadia in der aktuellen Phase, habe ich im Trainingslager so eingeschätzt, der richtige Trainer, weil er die Probleme erkennt und sie versucht zu lösen. So, das bringt dir aber nichts, die Probleme zu erkennen. Du musst sie dann tatsächlich auch lösen. Und ich habe das Gefühl, und ich glaube, dir geht es genauso, dass man nach fünf Spielen das zumindest mal hinterfragen muss. Findet er die Lösungen für die Probleme des VfB? Ja, absolut. Ich finde, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es wichtig, zu differenzieren. Ich glaube, wir können sagen, dass Labbadia gewisse Bereiche erkannt und auch verbessert hat. Ich glaube, ein Beispiel ist zum Beispiel Laufleistung. Ist deutlich hochgegangen. So, jetzt kannst du aber dagegen sagen, völlig zu Recht. Ja, was bringt mir das, wenn wir jetzt mehr laufen und trotzdem hinten uns die Bälle reinlegen? Was ich damit sagen möchte, man wünscht sich immer eine einfache Lösung, auch als Fan, auch als Journalist manchmal, weil es dann einfacher zu erklären ist. Aber ich glaube, in dem Fall oder in vielen anderen Fällen auch, ist es halt eben nicht so. Es gibt nicht den einen Knopf, den du drückst und dann läuft es wieder. So, und der VfB ist halt in der undankbaren Situation, dass ihnen die Zeit davon rennt. Die klare Hoffnung war, wir holen hier den Bruno Labbadia. Der stabilisiert die Truppe mit seinem, ja, auf Sicherheit bedachten Fußball, sein 4-3-3-System. Da passiert hinten weniger und daraus entwickeln wir dann offensive Wucht. Das funktioniert nicht bislang. Müssen wir ganz klar so sagen. Das ist einfach nicht geklappt. Und jetzt ist, glaube ich, die nächste Stuttgarter Gretchenfrage sozusagen, reicht die Zeit noch? Wir haben noch 14 Spiele. Reicht es, um nochmal so eine Initialzündung anzuwerfen, dass die Mannschaft, die an allen Spielen siegfähig war, bislang unter Bruno Labbadia, das ist, finde ich, wichtig zu betonen, dass die dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, diesen Turnaround ausschaffen. Und da ist es halt so platt, wie es klingt. Und das geht nur über Erfolgserlebnisse. Wir haben oft darüber gesprochen, Trainerdiskussionen und so weiter. Wenn ein neuer Trainer kommt, neue Impulse setzt, ein neues Spielsystem implementiert, das muss in Erfolgserlebnisse überführt werden auf dem Platz. Weil sonst irgendwann, das ist meine These, hinterfragen die Spieler das. Denken die sich so, ist das vielleicht eine gute Idee mit diesem 4-3-3? Passt es weiter, dass ich hier hinten rechts spiele, obwohl ich eigentlich Innenverteidiger bin, Herr Anton? Und so, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ein Trainer hat es in der Argumentation, nach außen wie nach innen immer einfacher, wenn er der Mannschaft Kniffe an die Hand gibt, System an die Hand gibt, das am Wochenende in den Sieg führt. Und genau das ist das Riesenproblem aktuell. Genau. Dass es nicht zu Erfolgen führt. Und das macht natürlich nachdenklich. Das macht sicherlich auch Bruno Labbadia nachdenklich, vor allem ihn. Ich denke, dass es kaum einen Abend geben wird, wo er mit freiem Kopf, freien Gedanken zu Hause sitzt und sich denkt, ach, das war jetzt nicht... Ja, aber das muss ich ja auch irgendwie erwarten, das ist mir immer ein bisschen so zu weich. Ich meine, das sind Profifußballer, Profitrainer, die haben ja auch ein Eigeninteresse, dass der Laden läuft. Und ich bin halt echt gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil die nächsten beiden Spiele sind schon so eminent wichtig. Heimspiel Köln, auswärts gegen Schalke, dann kommt Bayern. So, du musst jetzt anfangen zu punkten, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und darauf wollte ich hinaus. Also, Bruno Labbadia fragt sich sicherlich gerade auch, was mache ich falsch? Ich meine, wir sind siegfähig, es funktioniert teilweise, was ich versucht habe umzusetzen, im Trainingslager auch. 4-3-3, das sieht manchmal gut aus, manchmal gar nicht gut. Die Defensive, finde ich, steht stabiler. In der Offensive hingegen fehlt weiter die Durchschlagskraft und auch die Effektivität. Wir machen immer noch dieselben Fehler. Was mache ich denn falsch? Und genau das fragen sich die Spieler ja auch. Das sind ja auch Menschen, die gehen auch nach dem Freiburg-Spiel nach Hause. Ja, natürlich fragen sie sich das. Der Waldemar Anton wird sicherlich nach Hause fahren, nach dem Freiburg-Spiel und sich fragen, ey, das gibt es doch nicht. Wir haben 1-0 geführt und verlieren 2-1. Was ist da los? Und diese Fragezeichen und dieses Hinterfragen des Planes, des Weges aktuell, auch des Weges von Alexander Werle, der natürlich als CEO, als Sportvorstand, da mit seinem Gesicht auch hinter diesem Weg steht, so führt der zum Ziel. Und da war die klare Aussage bei der Labbadia-Verpflichtung, dieser Weg wird uns zum Ziel führen, weil erfahrener Trainer, der die nötigen Kompetenzen mitbringt, der Lösungen findet, wir werden kurzfristig Erfolg haben und wollen in der Liga bleiben. Jetzt bleibt all das aus, Danny. Und die Lautstärke, die Kritik wird immer lauter rund um den VfB Stuttgart. Und deswegen würdest du fast sagen, ist es Pflicht gegen Köln und Schalke, Minimum mal 4 Punkte zu holen? Und ist dann vielleicht sogar der Job von Bruno Labbadia in Gefahr? Wie schätzt du das ein? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass es schon, wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sagt die mir, ja, das ist Pflicht. Wenn ich mir die Stimmung rund um den Klub anschaue, und du hast es ja auch erlebt bei den letzten Heimspielen, also du kannst dir nicht noch viele solche Auftritte zu Hause erlauben, dann ist die Schüssel irgendwann nicht mehr voll, weil sie es keiner angucken will. So jede Woche dieselbe Scheiße. So, jetzt habe ich es auch gesagt. Ob dann auch die Personalie Bruno Labbadia irgendwann zur Disposition steht, das ist sehr hypothetisch. Ich will das nicht ausschließen, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo du dir als Verantwortlicher diese Gedanken auch machen musst. Ich glaube nur, dass er noch nicht da ist. Ganz klar. Aber natürlich Woche für Woche, wenn die Ergebnisse weiter ausbleiben, wird dieses Grundgrummeln und Brummeln immer lauter werden um den Klub. Das ist doch völlig klar. Genau, und da grätsche ich jetzt rein. Es gab nämlich jüngst, ich glaube jetzt gestern, und wir nehmen auf, heute wie gewohnt Donnerstag, am Mittwochabend, glaube ich, gab es ein Interview von Alexander Werle bei der BILD, wo er auch nochmal sagt, ey, wir sind eigentlich überzeugt von dem Weg unter Bruno Labbadia und wir haben das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als würde Bruno Labbadia wackeln. Ich sage dir aber auch ganz klar, diese Grundtendenz von Alexander Werle zu sagen, ey, wir müssen in der Liga bleiben, das steht über allem, die ist nicht an die Personalie Bruno Labbadia geheftet. Natürlich nicht. Also, wenn die jetzt zum Beispiel gegen Köln verlieren und darf Schalke einen Punkt holen oder vielleicht auch sogar verlieren, Danny, dann haben wir genau den Punkt, wo wir, glaube ich, im Trainingslager schon oder kurz danach darüber gesprochen haben, das Schiff kann auch kippen, kentern. Ja, natürlich. Also, die Gefahr ist da, ja. Die Gefahr ist da. Und du hast dich von einem Weg verabschiedet unter Missenthal, Titzelsberger, Materazzo. Du bist einen neuen Weg gegangen, um quasi erstklassig zu bleiben. Und das zündet nicht. Du hast keinen Erfolg, du hast keine Punkte auf dem Konto, die Konkurrenz um dich herum punktet. Bochum ist heimstark. Hertha hat jetzt deutlich gewonnen. Denn die Augsburger holen wöchentlich ihre Punkte und ich frage mich immer, wie machen die das? Schalke hat jetzt dreimal in Folge 0 zu 0 gespielt. Die halten wenigstens die 0. Nicht mal das schafft der VfB. Also, das sind schon langsam... Ich versuche rüberzubringen, die Fragezeichen sind da. Also, die Kritik ist da. Sie kann nur lauter werden. Und du schaffst es, diese Kritik einzudämmen, indem du punktest. Es bleibt überhaupt gar keine andere Wahl. Ich möchte nochmal eine Frage an dich stellen, weil du ja erwähnt hast, dass du in Freiburg so einen tollen Blick aufs Spielfeld hattest. Weil da sitzt man direkt hinter den Trainerbänken für euch da draußen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Super Blick aufs Feld, nicht zu flach, nicht zu hoch und relativ nah dran. Also, ich war da in Geisterspielzeiten, da hat man jedes Wort gehört, von Christian Streich sowieso. Wie hast du das In-Game-Coaching von Bruno Labbadia wahrgenommen? Denn da gab es ja zum Beispiel nach dem Bremen-Spiel auch so ein bisschen Kritik, dass zumindest nicht auf dem Feld klar ersichtlich war, wie der VfB auf taktische Umstellung der Bremer reagiert hat. Was waren da so deine Eindrücke aus Freiburg? Also, mein Eindruck war, dass Bruno Labbadia ständig am Kommunizieren ist. Also, vor allem mit dem vierten Offiziellen. Also, ich glaube, wie oft der vierte Offizielle den Gang zur VfB-Bank angehen musste, das war schon bewundernswert. Aber für mich ist eigentlich, aus meiner Position ersichtlich, dass Labbadia versucht, viel zu reden mit seinen Spielern. Vor allem, Jel Dias hat ordentlich, ich sage es, hat ordentlich auf den Sack bekommen. Von Labbadia? Weil er sich taktisch in der Dreierkette vorne nicht richtig verhalten hat. Da hat er oft, also, Jel hat oft einen Einlauf bekommen. Genauso auch Luca Pfeiffer, der als Stoßstürmer quasi in der Dreierkette vorne in der Luft hing. Da blutet dem ehemaligen Stürmer Labbadia ein neues Herz, wenn er das sieht. Dann kriegt er die Komplettkrise. Also ich finde schon, dass er viel kommuniziert hat. Vor allem ist mir aufgefallen, zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo Freiburg angefangen hat, großen Druck aufzubauen, hat Labbadia immer wieder die Mannschaft rausrücken, rausrücken, mit Handbewegung, mit Schreien, aber die Mannschaft reagiert nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft, also, wenn es Impulse von außen gibt, die Mannschaft so mit sich selber beschäftigt ist, dass sie manchmal das gar nicht wahrnehmen kann. Ich will jetzt überhaupt nicht ihren Fass aufmachen nach dem Motto, die Mannschaft nimmt den Trainer nicht mehr wahr. Darum geht es nicht. Sondern mein Druck ist, und das kenne ich auch aus dem unterklassigen Fußball, dass du als Trainer manchmal sagen kannst, was du willst, wenn die Spieler nicht bereit sind, Dinge während dem Spiel aufzunehmen. Also zum Beispiel, der Freiburger Druck war so hoch, dass die Spieler so beschäftigt waren, ihre Räume zu schließen, dass sie gar nicht mitbekommen haben, was der da draußen sagt. Das habe ich in Freiburg deutlich gesehen. Das habe ich auch so wahrgenommen aus meiner Perspektive. Will da aber jetzt keinen Fass aufmachen und nach dem Motto sagen, der Labbadia macht kein In-Game-Coaching. Nee, das geht ja gar nicht. Aber das ist mir schon aufgefallen, dass da auch immer wieder dann Bernhard Trares, ist ja sein Co-Trainer, zur Seite kommt und sie immer wieder die Köpfe zusammenstecken und sich austauschen. Also es waren interessante Wahrnehmungen von mir. Ich muss aber trotzdem klar sagen, die Spieler setzen es manchmal auf dem Feld nicht um. Und das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache. Das ist halt auch so eine Kopf... Ich fand gut, dass du den Aspekt nochmal jetzt so bringst. Man hat, wenn man die Spiele schaut, schon das Gefühl, da ist jeder auf dem Platz, trägt da so sein Päckchen mit sich rum. Und das bringt mich jetzt, glaube ich, mal als Überleitung in den nächsten Themenblock. Thema Systemumstellung vielleicht. Ist es vielleicht für einen Trainer in so einer Phase wie jetzt, er muss ja vielleicht was verändern. So, wir sprechen gleich noch über die vielleicht größte Veränderung oder die mit Abstand größte Veränderung, nämlich im Tor. Aber unabhängig davon wird sich ja Labbadia sicherlich auch denken, ist es eine Idee, an diesem 4-3-3 zu schrauben. Auch durch eine andere taktische Grundausrichtung. Mir ist klar, das ist immer im Fluss, verändert sich aber, weißt du, allein, dass ich der Mannschaft vielleicht nochmal einen anderen Impuls mit an die Hand gebe, um darauf, um da reinzuwirken, wenn ich eben merke, so, im Spiel, erreiche ich jetzt den Spieler schlecht oder so, oder wir reagieren da einfach auch nochmal auf eine Umstellung des Gegners. Worauf ich hinaus möchte ist, kannst du nochmal kurz erklären, aber wirklich kurz, dieses 4-3-3, das hat Labbadia ja relativ früh hingesetzt und gesagt, das spielen wir jetzt. Was erhofft er sich davon und würdest du sagen, das siehst du auf dem Platz, das wird umgesetzt? Also kurz mal zum grundsätzlichen 4-3-3, das hat Labbadia ja im Trainingslager trainieren lassen. Das ist seine Formation, mit der will er spielen. Ich glaube, vorneweg genommen, dass es keinen großen Sinn macht, diese Formation umzustellen. Wir können nachher nochmal drüber diskutieren, warum. Was will er mit dem 4-3-3? Das soll eigentlich für Flexibilität sorgen. Diese 2-3-er-Ketten im Mittelfeld und Angriff, die sollen ständig rotieren, sollen sich ständig bewegen, ständig neue Räume suchen und vor allem zwischen die Ketten der Gegner kommen, also zwischen die Linien kommen. Dadurch, dass du nicht nur mit einem Stürmer, sondern mit 3 spielst oder nicht nur mit einer Doppelspitze, können die Stürmer relativ flexibel ihre Position ändern und zwischen die Räume kommen. Dadurch erhofft er sich Überzahlsituationen, dadurch erhofft er sich Dreiecke, die sich bilden und so erhofft er sich eben offensiv eine größere Durchschlagskraft. Sehe ich das? Nein, sehe ich nicht. Und das ist das große Problem in der Offensive. In der Defensive hingegen finde ich, dass die klare 4-er-Kette mit dem klaren Ankersechser davor und den zwei, müssen wir schon so sagen, defensiv denkenden Achtern mit Haraguchi und Endo, dass das Defensiv schon besser aussieht. also dieses Dreier-Mittelfeld macht viel Laufarbeit, macht auch die Seiten, die Flügel dicht. Also wenn der Gegner kommt und du nach hinten arbeiten musst, ich finde, das funktioniert. Aber kann man dann sagen, dass das 4-3-3 die Defensive zu Lasten der Offensive schwächt? Ja. Und ich habe ihn das auch so gefragt beim Thema Waldemar Anton. Überleg doch mal. Waldemar Anton spielt als Rechtsverteidiger. Warum spielt er da? Nicht, weil er der offensivste Rechtsverteidiger ist, den der VfB je hatte, sondern weil er defensiv stabil steht, weil er seine Seite zumacht und weil er ein gutes Tempo hat und so nicht überlaufen werden kann. Also er wird schon mal überlaufen, aber nicht in jeder Situation, wie es vielleicht bei einem Pascal Stenzel der Fall wäre. Denn es ist so, Pascal Stenzel würde sicher in der Defensive öfter überlaufen werden. So. Alleine diese Personalie zeigt, dass Bruno Labbadia Sicherheit und Stabilität vor Risiko geht. Und das war ja die Grundidee an dem 4-3-3. Wir stehen solide, wir haben diese zwei flexiblen Dreierketten im Mittelfeld und im Sturm und dadurch stehen wir grundsolide und aus dieser grundsolide Grundsolidität aus dieser Grundstabilität aus dieser Grundstabilität ist es uns dann möglich nach vorne zu spielen und dann ergeben sich zwangsläufig Torchancen. Es funktioniert, also mal ganz rudimentär gedacht, funktioniert es ja auch. Wenn wir auf die Zahlen gucken, sie lassen weniger zu, sie haben einen Chancenplus in jedem Spiel. Ja, aber es funktioniert dann doch nicht, weil die Spieler individuell patzen. Ob du jetzt mit Dreierkette Viererkette oder Fünferkette spielst, wenn du individuell immer wieder Patzer drin hast, ändert sich nichts und wenn du in der Offensive immer wieder falsche Entscheidungen triffst und vielleicht über Hasted zum Abschluss kommst und dir fehlende Effektivität und auch fehlender Killerinstinkt vorgeworfen wird, dann bringt dir jedes System nichts. Und deswegen komme ich zum eigentlichen Punkt. Wesentlich, dass der Stürmer auch ausfällt. Genau, und die Rasie kommt auch dazu. Genau, aber das bringt mich zum entscheidenden Punkt und du kannst da gleich aus der PK deine Eindrücke schildern. Labbadia hat nämlich natürlich was zur Systemostellung gesagt. Du hast natürlich danach gefragt, wohl wissend, wir reden jetzt drüber. Aus meiner Sicht liegen die Probleme des VfB so tief, dass es nichts mit der Formation zu tun hat. Ob du Viererkette oder Dreierkette spielst, du machst die gleichen Fehler. Wenn du vorne nicht triffst, kannst du mit Zweiersturm, mit Dreiersturm, mit einer Spitze spielen, du machst die Dinger halt nicht. Und deswegen ist es für mich kein Systemproblem und zudem hast du im Trainingslager dieses 4-3-3 ausführlich trainiert, hast dich lange darauf vorbereitet. Wenn du jetzt alles über den Haufen schmeißt, dann ist ja der Vorwurf zu Recht da, das was du gemacht hast hat nicht funktioniert. Und damit ist wieder ein Fragezeichen mehr. Also Danny, was hat er gesagt? Ändert er es? Ich würde es nicht ändern. Nein, 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 das passt eigentlich jetzt ganz gut, weil Labbadia, mir ging es vor allem um die Offensive, weil dass er hinten die Viererkette beibehält, das ist, denke ich, warum hast du gerade erläutert? Mir ging es vor allem bei meiner Frage, die ich ihm gestellt habe, auch um die Offensive. Macht das vielleicht Sinn, auch mal mit zwei Spitzen zu agieren? Luca Pfeiffer und Silas, Luca Pfeiffer und Kastanagas, da kann man ja was tun, war zumindest meine Meinung. Du sprichst an 4-1-3-2. Genau, 4-1-3-2 und da hat der Bruno Labbadia gesagt, ja, als sie kamen nach Stuttgart, hatten sie so zwei, drei Spielsysteme sich quasi zurechtgelegt, die sie einstudieren wollten, haben aber dann schnell gemerkt, es fehlt die Zeit. Wir müssen uns jetzt auf eins konzentrieren, eben 4-3-3, dass wir in dieser Vorbereitung den in die Köpfe prügeln. So, und deshalb halte ich es für ausgeschlossen fast schon, dass am Samstag gegen Köln sich vorne was ändert. Situativ kann das natürlich immer passieren, aber von der Grundausrichtung erwarte ich gegen Köln genau dieses 4-3-3, wie wir es in den letzten Wochen auch gesehen haben. Und was erwiderst du jetzt frustrierten Fans, die sagen, das gibt es doch nicht, wir müssen doch jetzt endlich mal was ändern, stell auf 3er-Kette, 5er-Kette um, mach Doppelsturm, aber ändere doch bitte was, weil es läuft nicht. Was sagen wir da? Ja, es ist halt dann immer ein schmaler Grad, bis du in den Aktionismus abrutschst. Wir sprechen ja gleich über die Toilter-Frage. Ich sehe es grundsätzlich wie du, es ist dann letztlich vorne drin, wir haben es schon oft gesprochen, vorne drin fehlt Qualität. So, da kann jetzt auch wirklich keiner mehr widersprechen, finde ich. Beziehungsweise jeder darf widersprechen und es anders sehen, aber ich bin ganz klar der Meinung, vorne drin bricht der Seru Girasi weg und wer sieht, wie sich Luca Pfeiffer da vorne drin jede Woche abmüht, ja, das ist halt nicht Bundesliga-tauglich. Chris Führig bringt die Anlagen mit, so ein Unterschiedsspieler zu sein, aber es fehlt ihm die Kaltschnäuzigkeit und das ist wiederum auch ein Qualitätsthema. Silas war verletzt, ist auf dem Weg zurück, Juan Perea haben wir auch schon öfter diskutiert, auch da taktische Unsauberheiten, kommt mit der harten Gangart teilweise noch nicht so ganz zurecht. Ich bin wirklich gespannt, weil wir haben es ja schon besprochen, der Ausfall von Girasi trifft diese Mannschaft so ins Mark, weil ihr da vorne diesen Stoßstürmer, den einzig Treffsichern rausnehmen. Er war der Fixpunkt. Er war der Fixpunkt, auch für viele lange Bälle konnte die festmachen, das fehlte jetzt komplett. Pfeiffer, ja, überfordert, muss man einfach so sagen und jetzt stehst du halt eben da und wir sprechen jetzt nämlich über die, ja, tiefgreifendste Veränderung, die Labbadia jetzt vornimmt. Er tauscht nämlich gegen Köln den Torhüter Simeon. Fabian Bredlow, für euch da draußen nochmal zur Erinnerung, stand in Freiburg schon im Tor, weil Flo Müller kurzfristig ausgefallen ist, Magen-Darm-Probleme, er hat zweimal gekotzt, bevor er in den Bus gestiegen ist, hoffe ich doch. Kurzfristig musste er dann auf der Bank sogar Platz nehmen, weil keine Zeit mehr war, den Flo Schock ranzukarren in den Breisgau und jetzt wurde Labbadia direkt nach der Freiburg-PK schon darauf angesprochen, bleibt denn der Bredlow drin und hat dann noch gesagt, oh, habe ich überhaupt keinen Kopf für und bla 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 und da habe ich mir schon gedacht, der wechselt. Und ich kann mich noch erinnern, als Bredlow drin stand, die Aufstellung da war, habe ich dir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, wenn der heute ein halbwegs ordentliches Spiel macht, bleib da drin. Genauso kommt es, Fabian Bredlow bekommt das Vertrauen ausgesprochen, Bruno Labbadia sagt, er hatte nicht die Absicht, den Torwart zu wechseln, als er nach Stuttgart kam, reagiert jetzt aber sozusagen. Bredlow hat wohl gut trainiert, er hat es auch damit erklärt, er hat ja anders als seine Vorgänger im Pokal nicht getauscht, sondern war da noch der Meinung, der Flo Müller braucht Spielpraxis, muss drin sein und nach dem Pokalspiel in Paderborn, hat der Bruno Labbadia heute erzählt, ist er zuerst, hat er zumindest gesagt, zu Fabian Bredlow. Ist nicht irgendwie zum Jubeln und alle, oh ihr seid alle toll, ist zu Fabian Bredlow, hat ihm seine Situation nochmal erklärt. Du pass auf, aus dem und dem Grund haben wir uns heute für Flo Müller entschieden und dann muss eben von der Bank eine Reaktion gekommen sein, von Bredlow. Der muss Gas gegeben haben, im Training, der hat seine Chance gewissermaßen genutzt, auch wenn sie jetzt in Freiburg nicht gewonnen haben, hat er einen grundsoliden Auftritt gemacht, eine gute Szene gehabt gegen Solley, beide Elfer in der richtigen Ecke gewesen, beide finde ich komplett unhaltbar und jetzt sagt Labbadia, hat er sich den Einsatz erarbeitet. Wie schätzt du es ein, Simi, ist es jetzt eher zu werten so schon Richtung letzte Patrone oder ist es so ein Impuls, den die Mannschaft dringend benötigt? Ich glaube letzteres. Also ich würde jetzt nicht widersprechen, dass es auch ein Stück weit Aktionismus ist. Also ich würde nicht sagen, es ist die letzte Patrone, Danny. Es ist vielleicht die drittletzte. Genau, aber es ist die drittletzte Patrone. Was wäre die letzte Patrone? Keine Ahnung, er stellt sein System komplett um. Günter Schäfer in die Abwehr. Ja, was weiß ich. Was ich sagen will, ich glaube, eine Mischung aus beidem und eher letzteres, also eher die Mannschaft braucht einen Impuls. Ich glaube, die Torhüterposition ist eine, über die wir oft gesprochen haben. Da fehlt die Qualität. Da hast du keine Stabilität. Müller greift immer wieder daneben. Irgendwie sind wir nicht so richtig glücklich damit. Und der VfB und Labbadia, so wie ich ihn wahrgenommen habe, auch im Trainingslager, war auch nicht so richtig glücklich. Wollte aber das fast nicht aufmachen. Weil Bredlow offensichtlich auch nichts angeboten hat, um schon mal direkt reinzugehen. Und die Frage hat sich ja gar nicht gestellt, weil sich vermutlich Labbadia gedacht hat, es ist quasi egal zu tauschen, weil auch Bredlow jetzt nicht den erhofften Qualitätssprung gibt. Und vermutlich wurde das klar kommuniziert, Flo Müller bleibt die Nummer 1. Und deswegen, ich habe ja auch im Trainingslager meinen Eindruck geschildert, dass von Fabian Bredlow wenig kommt. Und dass sogar Flo Schock eher mehr Druck macht als Bredlow. Und ich habe mir das ja nicht eingebildet, sondern das war eben so. Und deswegen überrascht es mich schon ein bisschen jetzt, dass Fabian Bredlow die Chance bekommt. Und ich glaube nicht, und wenn ich da meine Eindrücke noch mehr in den Kopf wieder herrufe, dass es an diesem bärenstarken Bredlow liegt, der jetzt die Nummer 1 ist im Kasten, weil er so bärenstark gehalten hat in der Vergangenheit, ich glaube, es hat eher mit dem schwachen Florian Müller zu tun, der einfach immer wieder patzt, immer wieder daneben greift. Jetzt hat sich für Labbadia vielleicht sogar die, das klingt böse, aber die geschickte Situation ergeben, dass Müller ausfällt gegen Freiburg. Er konnte Bredlow ins Tor stellen. Jetzt kann er den Torhüterwechsel wahrscheinlich einfacher und besser argumentieren, als er es argumentieren hätte können, wenn er einfach gesagt hätte, Müller muss auf die Bank. Ja, sehe ich ähnlich. Es ist eine geschickte Situation, wo Labbadia die Chance erkennt, ich nutze meinen drittletzten Pfeil im Köcher, meine drittletzte Patrone, stelle den Bredlow ins Tor, setze ein klares Zeichen an die Mannschaft. Leute, hier ist keiner gesetzt, okay? Wir brauchen Veränderungen, ich muss ein Zeichen setzen und kann jetzt nur hoffen, dass das funktioniert. Und die Kehrseite der Medaille ist aber wieder, du gehst ein Risiko ein. Das ist ein Ritter auf der Rasierklinge. Wie mit Konstantinus Mafropanus in Freiburg gehst du ein Risiko ein. Gutes Beispiel. Es ist ein gutes Beispiel. Und es zeigt mir auch nochmal, Labbadia als Trainer ist jetzt nicht tot oder so. Also der versucht, der will Dinge anpacken, der ist sich bewusst, was es bedeutet und sieht aber die Chance größer als das Risiko. Das ist eine schöne Formulierung in Bezug auf die beiden jetzt hier. Die Chance, dass Bredlow ordentlich performt, ist glaube ich größer, als dass die Gefahr da ist, der Müller patzt dir wieder in so einem wichtigen Spiel wie gegen Köln oder Schalke. Aber wenn ich mir die letzten VfB-Wochen anschaue, dann war oft die Chance größer als das Risiko. Ja, ja. Aber täglich grüßt das Mummeltier. Und jetzt gibt es einige, die sagen, oh Gott, Bredlow-Patzer incoming jetzt am Samstag gegen Köln. Also, was ich versuche zu sagen ist, ich kann den Torhüterwechsel nachvollziehen. Er überrascht mich trotzdem, weil Labbadia damit ein Risiko eingeht, weil er ein Fass aufmacht, das er eigentlich nicht aufmachen wollte. Aber scheinbar ist er so unzufrieden mit Florian Müller im Kasten, dass er sagt, dann lasse ich Bredlow spielen. Wenn es aber nach hinten losgeht. Das ist die große Gefahr, die ich sehe. Darf ich da mal kurz was zu sagen? Ich teile das, was du sagst, voll und ganz. Aber die Gefahr, dass du jetzt so früh in der Rückrunde auch dann, weil es sind nur 14 Spiele, du lässt jetzt den Bredlow ran. Der Worst Case wäre, der Patz den gegen Köln und die verlieren das Spiel. So. Weil was machst du dann? Kommt da Müller wieder zurück? Stellst du dann Schock rein? Oder Simon? Also die Jugendkeeper dahinter, was ja völlig verrückt wäre, sage ich jetzt mal. Also ich bin ebenso wie du in gewisser Weise überrascht und dann doch wieder auch nicht, weil es natürlich Sinn macht. Und wir müssen ja dazu sagen, wir sehen nicht, man kann als Journalist nicht viele Trainingseinheiten besuchen und das meiste, was man sieht, ist eben Spielerersatztraining nach einem Kick, wo halt ein Eckle gemacht wird und sonst und mal eine Einheit, die eher dann ein Showtraining ist. Also da wird ja deutlich mehr hinter den Kulissen gearbeitet. Und wenn jetzt Labbadia sich zu so einem Schritt, zu einem wirklich markanten Einschnitt hinreißen lässt, möchte ich fast sagen, dann hat es seine Gründe und ist gut überlegt. Auf jeden Fall. Das macht er nicht, weil er genau wie wir diese Risiken abwägt. Da findet dann ein Austausch statt mit dem Torwarttrainer, mit Steffen Krebs. Und ja, ich fand deine Formulierung mit dem, die Chance, dass Bredelow jetzt ordentlich weiterperformt, ist offensichtlich größer, als dass mit Müller weiter gepatzt wird oder Unsicherheit rausgeht. Es ging ja vor allem um das Thema hohe Bällen und so weiter. Da bin ich sehr gespannt. Simi, das wird am Samstag gegen Köln. Der steht da voll im Rampenlicht. Das ist eine Riesendrucksituation für den jungen Mann. Der kriegt da jetzt die Chance. Bin wahnsinnig gespannt, ob er sie nutzen kann für sich. Und Danny, ich glaube, diese Torwartentscheidung zeigt ganz klar, auf der Uhr steht es nicht nur 5 vor 12 beim VfB, sondern 2 Minuten vor 12. Weil, wir haben es besprochen und ich möchte es auch nochmal deutlich machen, weil ich das so wichtig finde, Labbadia wollte dieses fast nicht aufmachen. Wir hatten ja im Trainingslager auch Hintergrundgespräche, ist ja klar, Dinge, die nicht an die Öffentlichkeit dürfen. Man kann ja aber schon andeuten, als ich als Journalist, man kann andeuten und klar machen, so der Torwartwechsel, den wollte er eigentlich nicht, obwohl irgendwie offensichtlich war, so richtig happy ist er nicht mit dieser Situation. Flo Müller als Nummer 1. Wie haben wir es formuliert? Das ist ein Problem, das kein sein darf, weil du keine Lösungsvorschläge hattest, hast, weiß ich nicht, muss man schauen. Und wenn du dieses Problem jetzt aufmachst und dich einem doch vorhandenen Risiko aussetzt, dann muss er etwas erkennen und etwas sehen und muss das Gefühl haben, dass etwas gar nicht gut läuft und er muss jetzt eingreifen. Und diese Personalentscheidung pro Fabian Bredlow kontra Florian Müller, was habe ich gesagt? Doch, Fabian Bredlow habe ich gesagt. Oder habe ich Florian Bredlow gesagt? Ich habe es jetzt gerade nicht. Ich blicke es schon gar nicht mehr. Florian und Fabian, ja. Florian und Fabian. Und noch Florian Schock noch dazu. Genau, das macht mich ganz nervös. Nee, aber diese Entscheidung zeigt, da liegt ordentlich was im Augen. Und Labbadia sieht sich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die er eigentlich nie treffen wollte und er macht es jetzt trotzdem. Natürlich ist die Situation jetzt leichter, ich habe es beschrieben, will mich nicht wiederholen. Müller war krank, ich wiederhole mich. Das ist meine Kritik an mir. Das ist deine Kritik, daran musst du arbeiten. Ich rette dich und sage einfach mal, wenn ihr das jetzt hört, schreibt uns doch mal euer Feedback. Wie seht ihr es? Seht ihr in diesem Torwartwechsel das große Risiko? Oder ist das für euch jetzt so längst überfällig? Auch viele, also das war ja dieses Gegrummeln mit Flo Müller war ja in jedem Spiel da. Schreibt uns doch da mal gerne auf vfbzvw.de oder über die Social Media Kanäle eure Meinung, was ihr von diesem Torwartwechsel haltet. So, und jetzt habe ich dir den Hintern gerettet. Oh, vielen Dank, Danny. Müssen wir noch was besprechen zum Torwartor oder können wir dann übergehen zur PK? Hast du noch irgendwas? Nein, ich glaube, es ist alles gesagt. Also, dann leite ich dich jetzt zu unserem nächsten Themenblock weiter, Danny. Wir müssen sprechen über Personalsituationen. Personalupdate, Köln-Heimspiel, Samstag 15.30. Wichtiges Spiel, extrem wichtig für Labbadia, der endlich einen Sieg braucht, um diese ganze negative Stimmung, die gerade aufkommt, ein bisschen zu beruhigen. Wer ist denn am Start? Wir haben über natürlich Fabian Bredlow gesprochen, aber Danny, gehen wir doch mal dieses 4-3-3 durch. Wer ist fit? Wer ist verletzt? Wer spielt? Was ist deine Einschätzung? Was hat Labbadia gesagt? Also, Sosa steht auf der Kippe, hat diese Woche noch nicht trainiert, ist schwer erkältet. Ich würde mal wagen, das reicht nicht fürs Wochenende. Der hatte ohnehin schon Trainingsrückstand, jetzt in Freiburg das erste Mal in der Startelf. Ich glaube, der spielt nicht. Da bietet es sich an, dass Nikolas Nartei wieder fit ist nach Adduktorenproblemen. Das heißt, ich erwarte hinten links Nartei. Die Innenverteidigung erwarte ich genauso wie in Freiburg. Also, Zagadou und Ito, zwei Linksfüße, ist ja auch interessant. Anton rechts, scheint gesetzt, erwarte ich auch so. Und davor, das Dreier-Mittelfeld haben wir jetzt schon diskutiert, da hat der Labbadia auch ganz klar gesagt, diese Qualität, die wir mit den Dreien da haben, mit Karasor, mit Haraguchi, mit Endo, die ist so groß, die wollen wir da auch nicht verändern, die Struktur. Das heißt aber, im Umkehrschluss, da ist nicht allzu viel andere Qualität da, die wir haben. Stichwort Milo, Eklow, es fordern ja immer alle, ey, wir haben so gute junge Spieler. Also, es sagt ja alles, wenn ein Trainer auf der Pressekonferenz sagt, mit Haraguchi, Endo und Karasor, die alle defensiv denken und da kein Offensivspektakel erwartet werden kann, wenn der Trainer sagt, die Qualität dieser Dreien ist zu hoch, um sie auszutauschen, heißt es im Umkehrschluss, die anderen haben nicht diese Qualität und spielen auch keine Rolle aktuell, oder? Ja, es ist ja so, also Kollege Koulibaly oder so, die sind ja in der Regel auch nicht im Kader oder Milo. Wir können da nicht reingucken, deswegen müssen wir ja uns, wir müssen ja glauben, was man uns da sagt, in dem Fall. Und unsere Informationen sind eben auch so, weil man spricht ja auch mit Leuten drumherum und nicht nur mit Labbadia. Also ich denke schon, dass die Herren im Offensivbereich ihre Einsatzchancen bekommen würden, da meine ich auch Lee Egloff und Enzo Milo vielleicht im Besonderen, wenn sie sich das verdienen würden. Und da kann man nochmal den Schlenker kurz zum Torwartthema machen, indem Labbadia jetzt Bredlo reinstellt, ist das ja nochmal ein ganz klares Signal an die zweite Reihe so, hey Leute, wenn ihr euch anbietet, wenn ihr mir zeigt, ihr bringt mich voran auf der und der Position, dann spielt ihr, dann kommt ihr rein in diese Truppe, das ist kein geschlossenes System. So, das ist offensichtlich nicht der Fall und um die Aufstellung fertig zu machen, ich glaube vorne drin, ich denke, mein Kopf sagt, Pfeiffer bleibt drin, der Stoßstürmer, Diaz und Führig bleiben, glaube ich, auch gesetzt. Mein Herz, ganz ehrlich, würde sich den Thomas Castanaras mal drin wünschen, vorne drin, für Pfeiffer, weil Pfeiffer einfach so unglücklich agiert in den letzten Wochen und Monaten, da merkt man, bei dem merkt man, finde ich, am meisten, wie sehr in diese Situation, der scheint wirklich ein Kopfmensch zu sein, wie ihn das belastet und dann auch hemmt. Da würde ich mir den Versuch mit Castanaras mal wünschen, weil Cannstatter Junge, schmeiß ihn mal rein, lass ihn mal machen. In einer Sache würde ich dir widersprechen, also wenn ich an diese offensive Dreierreihe denke, ich würde auch, oder ich traue es Labbadia zu, dass er Castanaras vorne im Sturm spielen lässt, er geht ein Risiko mit Preetlo. Er mag ihn ja auch, er ist ein Fan von ihm. Genau, und er geht ja ein Risiko mit Preetlo, also warum nicht auch sagen, ey, ich schmeiß den Thomas vorne rein, er hat ja immer wieder gesagt, dass der Junge dran ist, der hat Talent, der hat einen guten Abschluss, der ist laufstark, der bohrt, also warum nicht probieren, ich meine, Luca Pfeiffer hatte zwei Chancen, hing komplett in der Luft, also Freiburg auch wieder für mich eine unterirdische Leistung, der Junge ist aktuell nicht auf Bundesliga-Niveau oder kickt nicht auf Bundesliga-Niveau, muss man einfach sagen und bei Dias würde ich dir widersprechen. Da ist mir aufgefallen, ich habe das ja gerade schon geschildert, wie oft der einen Einlauf bekommen hat von Labbadia während dem Freiburg-Spiel, wie oft dem Trainer nicht gepasst hat, welche Laufwege er hat. Der war ganz oft quasi so gefühlt rechter Mittelfeldspieler anstatt rechter offensiver Dreier, also der ist zu spät angelaufen, hat nicht gut gepresst, stand nicht gut im Raum und hat da ganz oft Einläufe bekommen und ich denke, dass wir Silas sehen werden anstatt Dias, weil Führig finde, der hat ein Traumtor geschossen, der initiiert immer wieder Aktionen. Ist da der auffälligste vorne drin? Ja, da gibt es gar keinen Zweifel. Thomas Castanaras, ja, den sehe ich schon eigentlich vorne, aber bin mir auch nicht so sicher. Bei Silas bin ich mir sicher. Der ist jetzt wieder fit, der hatte seinen ersten Einsatz gegen Freiburg. Du brauchst, glaube ich, auch mal so einen Spektakelspieler wie den Silas, der dir zu Hause auch so das Publikum anzündet. Wir haben ja da schon ganz oft drüber gesprochen, Labbadia vor dem ersten Heimspiel gegen Mainz, ey, wir müssen die Leute mitnehmen, Publikum ist mit dabei sein. Der Silas ist für sowas natürlich wie gemacht. Da klappt natürlich auch nicht alles mit seinen Dribblings, aber der kann halt, wenn eins von zehn Versuchen halt mal losgeht, dann steht die Schüssel komplett. Und das braucht dieses Team. Das braucht diese Mannschaft, diese Unterstützung von den Rängen. Die ist aktuell noch da. Wir haben es vorhin schon skizziert. Wir sehen da gewisse Kipppunkte, auch mit Leuten, mit denen wir sprechen, die sagen, oh, da gehen immer hin, gehen trotzdem natürlich hin, weil sie Fans sind. Und das ist super, das ist ganz toll. Die Stimmung ist ja auch immer noch beeindruckend. Es ist nur immer wieder strange nach den Schlusspfiffen dann. Dieses nicht so recht, ich pfeife die jetzt nicht aus so ein Schimpf, aber so richtig anfeuern ist es dann auch nicht. Ich bin da sehr gespannt und ich glaube eben, dass du, du könntest recht haben, ja, dass Silas dieser Funke sein könnte, der dieses Publikum mitnimmt, der dieses Publikum zum Faktor macht gegen Köln und dann haben wir es doch, oder? Bredlo, Kiste, Nathai, Zagadou, Ito, Anton, dann die drei da vorne, Haraguchi, Endo, Karasor und Führig, Pfeiffer oder Kastanaras. Ich sage Kastanaras, Kastanaras und rechts Silas. Das fände ich, das würde ich gerne sehen, sagen wir es mal so. Würde ich auch so sehen und ich glaube auch nicht, dass er Anton nicht als Rechtsverteidiger aufstellt. Ich glaube, da müssen sich alle draußen dran gewöhnen, an diesen Anblick, Waldemar Anton als Rechtsverteidiger. Ja, aber dann haben wir es doch schon mit der Aufstellung, mit diesem 4-3-3. Ich würde mich da auch aus dem Fenster lehnen und sagen, an diesem 4-3-3 ändert sich nichts. Also er wird jetzt nicht auf einmal 5er-Kette, also das sowieso nicht, die 4er-Kette hinten ändert er nicht. Vorne wird er auch nichts machen, deswegen sind wir mit unserer Aufstellung eigentlich durch und dann lass uns doch jetzt mal konkret aufs Hamstag blicken. 15.30 Uhr, 1. FC Köln, zu Gast beim VfB und wir müssen mit einer, mit wehleidig fast schon zurückblicken. Danny, vor 8, 9 Monaten war dieser fulminante Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln. Alle haben davon gesprochen, das ist unsere Chance, daraus was Gutes zu machen, dieser Klassenerhalt in letzter Minute, in letzter Sekunde quasi, das gibt uns jetzt einen Push, das gibt uns einen Antrieb für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate. Jetzt, 8, 9 Monate später, kommt der 1. FC Köln und es ist alles anders. Danny, wie ist deine Stimmungslage vor dem Köln-Spiel? Also Unterschiede... Meine? Ja. Die ist gut. Ich bin ja kein Fan. Nein, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich habe da auch zurückgedacht, dieser Moment, 14. Mai, Legendo, das ganze Fleisch liegt auf dem Grill, bla bla blub. Ein Moment für die Geschichtsbücher und der VfB hat es so grandios versemmelt, diese Kraftquelle zu nutzen, diese Energie zu kanalisieren in irgendetwas Neues, eine Entwicklung, das ist schade. Hättest du gedacht, dass wir 8, 9 Monate nach diesem Erfolg mit Labbadia als Trainer auf Platz 17 stehen? Wenn ich gerade zurückdenke, wie wir damals auf der Tribüne da oben saßen, dein MacBook gerade frisch gebadet in Stuttgarter Hofbräu, wenn mir da in dem Moment einer so, kurz Stopp, pass mal auf, in 8 Monaten sitzt ihr wieder hier, 17. Tabellenplatz, der Trainer ist Bruno Labbadia, ne, dem hätte ich einen gescheuert. In dem Moment vermutlich ja, aber das ist ja völlig irre, aber ich finde, das ist der krasseste Kontrast, den es gerade gibt. Das letzte Mal, als Köln hier im Stadion war, da darf man jetzt aber auch nicht alles verklären, finde ich. Das war ein super Moment, aber die Saison, die letztlich in diese, in diese Explosion gemündet ist, dann am 34. Spieltag, die war ja komplette Krütze. Die war ja spielerisch, also diese Auswärtsschwäche, die zieht sich ja jetzt, wir haben es gesagt, 14 Monate her, 31 Heimspiele, nicht zu Null gespielt. Vielleicht vollbringt Bredlow ja fast schon dieses Wunder, dass er da mal in Cannstatt die Null hält. Es ist ein super interessanter Vergleich. Ein schöner Text vom Vertikalpass habe ich dazu heute gelesen, so dieser Tag im Mai noch mal Revue passieren gelassen. Gegen geschnitten, scharfer Realitätsschock sozusagen mit der aktuellen Situation. Und was ist denn dann die aktuelle Situation? Die ist beschissen. Wer kommt denn jetzt? Was kommt mit Köln? Kommt ein schlagbarer Gegner? Kommt ein erwartbarer Gegner? Was kommt da? Da kommt wieder eine Mannschaft nach Cannstatt, die wieder schlagbar ist. Genauso wie Mainz schlagbar war, genauso wie Bremen schlagbar war, genauso wie Hoffenheim schlagbar war, genauso wie Leipzig schlagbar war. Das hat ja super funktioniert. Das hat super funktioniert. Nein, du verstehst, worauf ich hinaus will. Der VfB bei allen Diskussionen, die wir beide auch geführt haben zum Thema Qualität und Sonstiges, der VfB ist immer in der Lage, in der Bundesliga zu punkten. In der Regel auch dreifach. Ich klammer mal Bayern, Dortmund und so weiter aus. Wobei man ja sagen muss, die hätten auch in Leipzig was mitnehmen müssen. Vielleicht sogar. Und von dem her, diese Kölner Truppe, ich habe mich nicht im Detail mit denen befasst, hat heute auf der PK auch nicht wirklich nur am Rande eine Rolle gespielt. so das Übliche, kommen über das Kollektiv, bla bla bla, Karnevalsstadt. Labbadia hat ja auch mal für Köln gespielt, kennt das ganze Umfeld und so weiter, kann das einschätzen. Aber da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist jetzt ja auch keine Übermannschaft, die die da haben. Die haben halt vorne drin, Tiggis, das ist ein guter Knipser. Die haben hinten drin einen starken Torhüter. Wir kommen immer wieder auf dieses Thema, auf Schlüsselpositionen. Super Qualität oder Spieler, die gut in Form sind. und dann bin ich mal sehr gespannt, weil da ist schon verdammt viel Einsatz auf dem Tisch, auf dem Stuttgarter Tisch sozusagen. Bredloch hast du angesprochen. Da sind wir mal gespannt, wer vorne drin spielt und deswegen bleibt uns am Ende nur noch Tipp. Also, du hast den Vortritt. Oh, Danny, Mann, das ist echt, ich mache es ganz einfach, die Gewinn-2-1-Sieg. Boah, da kann ich jetzt eigentlich nicht den Spielverderber spielen. Also, ich glaube halt, dass Köln eine Mannschaft ist, die sehr über Einsatz, Wille und Leidenschaft kommt. Wenn der VfB es nicht schafft, deine da ebenbürtig zu begegnen, dann wird es hart. Und, boah, da liegt so viel auf dem Tisch, wie du sagst. Es liegt jetzt nicht das ganze Fleisch auf dem Grill, um es in Wolf-Fuß-Worten zu sagen, aber es liegt schon, es liegen schon 500 Gramm Rippchen drauf. Oder, wer vegetarisch sich ernährt, gutes Grillgemüse. Und das ist halt echt die Gefahr. Schöner Halloumi. Genau, es ist halt echt die Gefahr, dass das Grillgemüse halt komplett abgeräumt wird. Und, also, ich glaube, die Fallhöhe ist hoch. Auch durch die Entscheidungen, die Bruno Labbadia getroffen hat. Ich glaube, es gibt eine Punkteteilung. Ich glaube, das wird ein 2 zu 2. Der VfB führt, kriegt relativ spät einen Gegentreffer. Es passt einfach zur Stimmung. Aber erinnerst du dich noch in der vergangenen Rückrunde, wo wir gesagt haben, der VfB tut uns nicht den Gefallen und, ne, Hinrunde war es. Jetzt in der Hinrunde im vergangenen Jahr. Der VfB tut uns nicht den Gefallen und zerfällt in Einzelteile. Das würde eigentlich für deinen Tipp sprechen. Ich weiß nicht, ob der VfB uns den Gefallen macht, dass wir nächste Woche im Podcast vor Schalke Endzeitstimmung ausrufen können. Also deswegen, mindestens. Gefallen tun in An- und Abführungen natürlich. Ja, aber ich tippe auf den Punktgewinn. Und du tippst auf den 2-1. Ich glaube, sie packen es. Sie müssen ja irgendwann. Das ist wieder dieser, von mir schon berühmte, Zweckoptimismus. Das kann ja nicht, du kannst ja nicht, wie Bill Murray da jeden Morgen aufwachen und das murmelt hier Phil danach fragen, wie der Winter wird. Also irgendwann muss das ein Ende finden und ich bin ein optimistischer Mensch, du hast mich gefragt, wie meine Stimmung ist. Meine Stimmung ist super, das Wetter ist gut, ich kann wieder Fahrrad fahren, mein Rad ist repariert. Ich bin gut gelaunt, ich freue mich auf den Samstag, ich bin im Dienst, ich werde da runterrollen, werde das Fahrradangebot leider nicht nutzen können vom VfB, aber ich mache mal Werbung an der Stelle, weil mir da immer noch zu wenige Räder an der Arena rumstehen. Deswegen kommt doch gerne mal mit dem Rad zum Stadion. Da gibt es mittlerweile bewachte Stellplätze und deshalb, ich bin frohen Mutes, Simi. Ja, ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat er gerade dich nicht. Nee, bin ich absolut nicht, weil ich mir mehr erhofft hätte von diesem Trainerwechsel, von diesem Labbadia-Effekt. Nicht nur du. Muss ich ehrlich sagen, auch im Trainingslager jetzt, es gibt ja viele, die sagen, du hast dich blenden lassen oder du machst Hofberichterstattung, das fuchst mich schon ein bisschen, weil ich mich natürlich auch hinterfrage und mich frage, habe ich das falsch eingeordnet, falsch eingeschätzt, aber nein, ich habe das nicht falsch eingeschätzt. Alle Kollegen oder nahezu alle Kollegen um mich rum, also wenn ich über Journalistenkollegen spreche, sagen, sie hatten den gleichen Eindruck, sie haben das gleich gesehen, sie hatten auch das Gefühl, dass es besser wird und ich sehe jetzt halt nichts davon. Und macht euch da draußen mal keine Sorgen, wenn der Simi-Hofberichterstattung machen würde, dann würde ich ihm ganz schön an den Schienen eintreten. nicht nur im Podcast, auch in jeder Konferenz. Danke für die Verteidigung. Nein, aber darum geht es ja. Also, ich hatte den Eindruck von der Situation unter Labbadia als Trainer von der Mannschaft, vom Trainingslager. Ich fand, die waren auf einem guten Weg und die haben sich nicht belohnt. Und das kann ganz schnell ins Negative kippen. Und da lässt mich so ein bisschen meine alte Fanliebe noch ein bisschen schon noch, aber ich kenne diesen Schmerz und ich spüre den Schmerz gerade so ein bisschen und ich habe das Gefühl, das könnte echt übel werden. Du verlierst jetzt gegen Köln, du setzt Bredlow im Tor ein, die Fallhöhe ist groß, das kann chaotisch schief gehen. Und ich glaube, ganz viele VfB-Fans sind pessimistisch eingestellt. Ich auch. Du bist positiv eingestimmt, deswegen harmonieren wir im Podcast. Ich bin halt aber positiv eingestimmt, deshalb aber mit VfB nichts zu tun. Das ist vielleicht der Zauber, Simi. Nee, das ist der geheime Trick, du. Da musst du dich davon lösen und dann bist du gut gelaunt. Also, ja, nee, machen wir jetzt einen Knopf dran, Danny. Du tippst auf ein 2 zu 1, ich tipp auf ein 2 zu 1, 2 zu 2, ein Punkt für mich, drei Punkte für dich. Ich hoffe, du hast recht. Ich habe Wochenenddienst für den ZVW allgemein. Das heißt, ich muss leider arbeiten und du bist auch im Arbeiten. Das heißt, deine Texte gibt es wie gewohnt auf zvw.de slash vfb, auf Social Media Kanälen, Twitter, Instagram und Co. Nochmal an euch da draußen, gebt uns Feedback, auf vfb.zvw.de unsere Sammelmail-Adresse. Bewertet unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube und Co. Wirklich, schreibt uns, wenn euch was nicht passt. Wir reagieren auf jede Anmerkung von euch. Und dann noch zu guter Letzt der Werbeblog für unsere ZVW-News-App. Holt sie euch im, wie heißt es, Google Play Store und Apple Store. Ja, irgendwie sowas. Ladet sie euch runter, stellt die Push-Nachrichten für den VfB ein. Dann bekommt ihr alle unsere Texte aufs Handy gepusht. Deswegen, Danny, ich gucke auf die Uhr. Boah, wir sind schon wieder ordentlich lang dabei. Wir sind knapp über eine Stunde jetzt am Quatschen schon wieder. Aber es gibt einfach so viel zu besprechen gerade. Und das machen wir. Das werden wir weiter machen, weiter ausführlich machen. Nächste Woche vielleicht sogar mit einem Gast. Ja, da wollen wir aber nur nicht zu viel sagen. Es ist ja dann gegen auf Schalke. Auf Schalke. Auf Schalke. Da gibt es vielleicht einen Schalke-Gast, der was zum Gegner sagen kann. Weil, je nachdem, wie das Köln-Spiel läuft, könnte das ja als kleines Endspiel tituliert werden. Und dann warten wir einfach mal ab, Danny. Ich persönlich hoffe, du legst mit deinem Tipp richtig. Viel Spaß im Stadion. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Hört uns weiterhin. Bewertet uns. Gebt uns Feedback. und dann hören wir uns aller spätestens nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.